Ich habe lange davor zurückgeschreckt, dieses Video hier zu machen, weil ich glaube, dass viele RNG-Manipulationen immer noch als Cheaten ansehen. Und ich kann das irgendwie auch verstehen, aber ich wollte in diesem Video einfach mal die Diskussion aufmachen und vor allem auch mal erklären, was RNG-Manipulation überhaupt ist. Ich zeige euch auch in diesem Video, wie ich ein Shiny-Dioxys RNG manipuliere. Also lasst uns drüber reden. Let's go! Was ist RNG? RNG steht für Random Number Generator. Kurz gesagt Zufall. Randomness. Und hier ein kurzer Side-Fact, der aber noch sehr wichtig wird. Computer können gar keinen echten Zufall, keine echte Randomness herstellen. Denn Computer agieren immer nach Regeln und sobald eine Regel da ist, ist es kein Zufall mehr. Echter Zufall, echte Randomness passiert nur draußen in der Natur. Wenn zum Beispiel Wind durch Blätter raschelt, die Bewegung davon oder auch allgemein Wetter. Reines Chaos, reiner Zufall, reiner Randomness. Weswegen auch so Internet-Security-Systeme wie Cloudfair sich das zu Nutzen machen. Die filmen zum Beispiel Lavalampen ab, die Bewegungen, die die Lava, die dieses Wachs da drin macht, um halt Randomness zu generieren. Echte Randomness. Wenn euch das Thema mehr interessiert, dann schaut euch definitiv das Video von Tom Scott unten in der Beschreibung an. Und Spiele wie Pokémon benutzen eben Randomness. Jedes Mal, wenn ihr ein Grasfeld betretet und ein Kampf startet, wird zufällig bestimmt, was es für ein Pokémon ist, welche Stats es hat und auch natürlich, ob es shiny ist. Und jetzt ganz grob erklärt, technisch gesehen läuft das so ab. Wir starten das Spiel und im Hintergrund zählt eine Zahl nach oben. Ganz schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 1, 1,000, 2, 3, 1,000, 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 1.000, 1,000, 1,000. Sau schnell. Schneller als Sekunden. Die Geschwindigkeit, wie diese Zahl hochzählt, kann sich auch verändern innerhalb des Spiels, je nachdem wie viel los ist. Manchmal kann man davon reden, dass es wirklich die Frames sind. Sagen wir, ein Spiel läuft mit 60 Frames, dann haben wir 60 Frames pro Sekunde, 60 Zahlen pro Sekunde. Aber in anderen Pokémon-Spielen wie in BDSP sind es definitiv nicht die Frames, sondern einfach eine andere Zahl, die im Hintergrund läuft. Also hat jeder Frame im Spiel eine eigene Zahl. Und jetzt etwas, das ihr vielleicht nicht wusstet. Wenn ihr euer Spiel startet, ist vorbestimmt, bei welchem Frame was passiert. So ist zum Beispiel vorbestimmt, dass bei Frame 16.792 in diesem einen Grasfeld ein Level 5 starrer Lily auftaucht mit dem Wesen hart und dieser Fähigkeit und nicht shiny. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie Pokémon Speedrunner durch das Gras laufen ohne Pokémon anzutreffen jedes Mal? Weil die RNG-Manipulation benutzen. Die versuchen am Anfang perfekt dieses Spiel zu manipulieren, dass sie immer den exakt gleichen Seed er gleich gleich noch bekommen und dann wissen sie ganz genau auf der Route, die sie gehen, ist kein Pokémon im Gras. Denn wie gesagt, in der Computerwelt gibt es bis jetzt noch keinen echten Zufall. Wenn wir die Regeln kennen, wie der Computer seinen Zufall generiert, dann wissen wir ganz genau, in welchem Feld, wann, zu welchem Frame dieses Pokémon ist, mit welchen Stats, mit welcher Shininess und alles. Und das nennen wir eben Seed. Wir wollen den Seed rausfinden. Quasi die Zahlenreihenfolge, die Kombination, einfach den Code, der uns all die Informationen zum Spiel gibt. Und in Smaragd, das ich euch gleich zeigen werde, ist es zum Beispiel sehr einfach. Dort kann man mit der Trainer-ID und der Secret-ID herausfinden, was der Seed ist. Mehr braucht man nicht. Aber das ist in jedem Pokémon-Spiel anders. Super interessant ist es auch in BDSP. Da benutzt man nämlich die Blink-Method. Unsere NPCs und alle NPCs im Spiel, sogar Pokémon anscheinend, blinzeln. Und dieses Blinzeln hat natürlich auch RNG. Es ist reiner Zufall, wann unser Charakter blinzelt. Und deswegen kann man das Blinzeln abfilmen und somit messen, wie oft, wie lange, in welchen Abständen geblinzelt wird. Weil dann sehen wir ganz genau, das ist unser RNG fürs Blinzeln, also ist das unser RNG fürs ganze Spiel. Ist das nicht krank, wie Leute sowas herausfinden? Sollte euch diese Welt mehr interessieren, dann empfehle ich euch definitiv, einmal Blissey und Papa Cheffe auszuchecken. Das sind wirklich die beiden, wo ich auch diese ganzen Informationen herhabe. Die machen nichts anderes auf ihren Kanälen. Also die haben die richtigen Details, die richtigen, also die sind da Profis drin. Also wenn ihr da wirklich in diese Welt eintauchen wollt, schaut euch alle Videos von den beiden an. Die haben auch Tutorials zu jeder spezifischen Hand, in jedem Spiel zu spezifischen Pokémon. Ich zeige euch das jetzt aber einmal grob an Pokémon Smaragd und wie ich ein Shiny Deoxys RNG manipuliert habe. So wie ich das hier mache, funktioniert das nur in Smaragd. Das funktioniert noch nicht mal für Rubin und Saphir so. Für Smaragd brauchen wir zwei verschiedene Software. Das eine ist Pokefinder, das ist das hier. Da geben wir eben die Stats ein, die wir aus dem Spiel rausnehmen, um unseren Seed zu finden. Und das andere ist der Ion Timer. Das ist einfach die Software, mit der man das Timing richtig bekommt. Der Ion Timer stelle ich auf Gen 3, Kalibrierung 0, Target 0 und 5000 Pre-Timer. Pre-Timer ist einfach, dass ich, ich habe 5 Sekunden Zeit, mich vorzubereiten, bevor alles losgeht. Ihr werdet gleich das alles verstehen. Und hier in Pokefinder kann ich eben auch Gen 3 auswählen und kann hier ein Profil für Smaragd einstellen. Und in diesem Profil habe ich eben meine Trainer Nummer angegeben und meine Secret ID. Ich, um das Ganze hier schneller für euch zu zeigen, habe die Secret ID einfach aus dem Spiel rausgelesen, indem ich Pikahex verwendet habe. Aber es gibt Möglichkeiten, die Secret ID rauszufinden durch Glitches, ohne Drittsoftware zu benutzen. Sondern man kann wirklich die Secret ID rausfinden, indem man zum Beispiel den Pomeglitch macht. Und in Smaragd braucht man eben nichts anderes als diese zwei Werte und schon weiß ich meinen Seed. Was ich jetzt nur noch machen muss, ist einfach das Pokémon auswählen. Das heißt, ich gehe bei Events of Deoxys und jetzt habe ich hier Deoxys ausgewählt. Und dann kann ich hier eingeben, was dieses Deoxys können soll. Ich kann hier auch eingeben, perfekte IVs oder bestimmte IVs, ein bestimmtes Wesen. Und dann kann ich bei Shiny sagen, ja, ich will, dass es Shiny ist. Aber zuerst zeige ich euch einmal, was passiert, wenn ich jetzt einfach so kalkuliere. Und wenn ich jetzt hier auf Generate drücke, bekomme ich hier eben all die Deoxys, die in meinem Spiel sind. Das heißt, wenn ich jetzt das Spiel starte, ich bin jetzt schon drin natürlich, dass eben hier im Hintergrund das Spiel läuft und läuft und läuft. Das heißt, wir sind schon bei Frame was nicht alles. Aber wenn ich das Spiel starte und ich drücke wirklich im nullsten Frame, im allerersten Frame drücke ich auf Deoxys, dann bekomme ich ein naives Deoxys. Wenn ich im 100. 132 Frame auf Deoxys drücke, bekomme ich dieses Deoxys. Und daran seht ihr, wie dieses ganze Spiel vorprogrammiert ist. Das ist kein tatsächlicher Zufall, es ist vorprogrammierter Zufall. Und wenn ich jetzt hier eben sage, Shiny, ja, und ich drücke auf Generate, dann sind das all die Shinies, die in den ersten 100.000 Frames erscheinen können. Das heißt, ich sehe hier, bei Frame 4643 bekomme ich ein docile Shiny. Und falls ihr euch jetzt fragt, hey, aber dann ist ja all dieses Shininess, wie ich das immer verstanden habe, komplett falsch. Doch, doch, es ist immer noch 1 zu 8.000, dass es Shiny ist. Und das sehen wir auch hieran ganz gut, wenn ich jetzt eben die Max Advances nur auf 10.000 mache und jetzt generiere, kommt nur ein einziges Shiny raus, eben dieses 4643er Shiny. Das heißt, ungefähr alle 8.000 werde ich ein Shiny finden. Alle 8.000 Frames. Ich könnte ja im Spiel jeden Frame A drücken. Und in 10.000 Frames finde ich eben nur ein einziges Shiny. Wenn ich jetzt 20.000 Frames eingebe, ist immer noch nur dieses eine, 30.000, dann kommen es schon 3 dazu. Also im Schnitt eben, im Schnitt ist es 1 zu 8.000, dass dieses Deoxys Shiny ist. Das ist immer noch die gleiche Methode. Du kannst es auch so sehen, dass jedes Mal, wenn ich A drücke, wird ein 8.000-seitiger Würfel gewürfelt. Es ist genau das Gleiche, nur halt, das ist die Technik dahinter. So denkt das Spiel. So, und da ich jetzt weiß, bei 4643, bei dieser Zahl hier, kriegen wir ein Shiny, kann ich hier eingeben, Target Frame, also der Frame, den ich treffen möchte, ist 4643. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Smaragd starte, ist an dieser Stelle bei Frame 4643 ein Shiny Deoxys. Und jetzt muss ich halt diesen Frame treffen. Und zwar Frame genau treffen. Das heißt, ich drücke hier auf Start. Der Countdown zählt runter. 2, 3, 4, 5, 6. Ich starte das Spiel neu. Das Spiel wird von 0 gestartet, also es zählt jetzt die Frames hoch. Ich gehe so schnell es geht ins Spiel. Stehe hier vor Deoxys. Und jetzt muss ich eben diese 4643 Frames warten. Die ziehen jetzt an mir vorbei. Und das muss man sich mal vorstellen. Jedes Mal, wenn ihr Shiny hantet, funktioniert so dieses Spiel. Vielleicht nicht in Karmesin und Purpur, aber in all den älteren Spielen auf jeden Fall. Ihr steht nicht vor einem Shiny und müsst hoffen, dass es Shiny ist, sondern ihr müsst den perfekten Frame treffen, dass es Shiny ist. Und in Smaragd eben sind die Frames vorbestimmt. Deswegen resetet man auch in Smaragd nicht das Shiny, sondern man flüchtet immer davor, damit man immer weitere Frames sieht. Weil jedes Mal, wenn ihr resetten würdet, würdet ihr immer wieder die gleichen Frames anschauen, was ja hier super schön jetzt gerade bewiesen ist. In Smaragd ist das aber nur so. Also in Diamant und Perle zum Beispiel, wenn ihr resetet, wird jedes Mal bei Spiel Neustart ein neuer Seed kreiert. Ihr müsst jedes Mal, wenn ihr das Spiel neu startet, neu herausfinden, was euer Seed ist. So, jetzt sind wir aber langsam am Ende hier. Zehn Sekunden noch. Und dann habe ich wieder sechs Beeps. Und beim sechsten Beep muss ich dann auf Deoxys drücken. Achtung. Drei, drei, vier, fünf, sechs. Und jetzt habe ich nicht gedacht, dass ich natürlich das Rätsel noch nicht gelöst habe. Aber es ist auch egal. Ich wollte euch einfach nur zeigen, wie das dann funktioniert. Jetzt hätte ich gerade Deoxys angesprochen und es wäre heruntergekommen. Und das sah jetzt gerade ein bisschen peinlich aus, weil ich das Rätsel nicht gelöst habe. Aber ich habe das eben gestern live auf Twitch gemacht. Und das zeige ich euch jetzt, wie das so gelaufen ist. Aber davor, ich zeige es euch erst, wenn ihr da unten auf Abonnieren gedrückt habt. Ich meine, wenn ihr schon mehr von meinen Videos gesehen habt und ihr seid immer noch nicht abonniert. Ich, was, was, was? Wenn euch meine Videos gefallen. Und komm, wenn ihr bis hier im Video seid, dann glaube ich, gefallen euch meine Videos. Vielen Dank fürs Anschauen. Abo würde mich super freuen. Und vielleicht habt ihr auch Bock, Patron zu werden. Da lade ich diese Videos auch hoch. Früher und ohne Werbung. Und auch exklusive Videos, behind-the-scenes Videos. Würde mich mega freuen, wenn ihr mal meinen Patreon auscheckt. Fangen wir jetzt Deoxys. Das wird beim ersten Mal nicht klappen. Das erste Mal, dass wir das jetzt machen, ist nur um es zu kalkulieren. 4, 6, 4, 3 ist zwar schön, aber bis ich draufgedrückt habe und Deoxys runterkommt, vergeht auch Zeit. Das muss alles mit einkalkuliert werden. Deswegen fange ich dann dieses Deoxys und dann gucke ich in den Stats nach, welches Deoxys das war. Und dann können wir das quasi rückwärts angehen und können nachschauen, welches Deoxys ich getroffen habe. Und sehen dann, um wie viel ich mich vertan habe. Und dann kann ich hier halt eingeben, um wie viel ich mich vertan habe. Und dann kalibriert er das neu und gibt mir die richtige Zahl, um das richtige Deoxys zu finden. Okay, ich starte den Timer. Okay, 76 Sekunden haben wir. Das ist einige Zeit. Und das ist halt Frame Perfect. Man muss Frame Perfect drücken. Deswegen ist RNG-Manipulation nicht geschenkt. Man muss extrem perfekt drücken. Too late. Wir gucken jetzt nach, was das für ein Deoxys ist. 1, 2, 0 116 113 111 Und 222 Aber dann muss ich wieder auf Any gehen Und Generate. Und das ist dieses eine hier. Das heißt, wir waren bei 5, 1, 5, 0 Anstatt 4, 6, 4, 3 Das ist gar nicht mal so ein großer Unterschied. Das heißt, ich kann jetzt eben diese neue Zahl nehmen Und kann die hier bei Frame Hit eingeben. Den Frame haben wir getroffen. 5, 1, 5, 0 Kann das dann updaten. Das heißt, er muss jetzt diese Millisekunden quasi mit dazuzählen oder abziehen. Weiß ich gerade nicht. Abziehen wahrscheinlich. Und jetzt kriegen wir eine neue Zahl, wenn wir das Ganze jetzt nochmal machen. Okay, es ist ungefähr gleich viel. Deswegen, wir waren nicht so weit weg von unserem Frame, den wir brauchen. Schade. Jetzt müssen wir das wieder checken und schauen, wie viel wir falsch sind. Ich würde jetzt einfach ein paar Mal das nochmal machen, weil es kann sein, dass einfach wir nur um 1, 2 Frames falsch sind. Aber am Ende, es kann sowieso am GB Operator liegen. Es kann einfach, könnte auch niemals funktionieren. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen früher gedrückt. Hallo, Mauri-Kuhn. Alter, ich habe es euch gesagt. Man muss doch noch ein bisschen korrigieren. Oh, man freut sich nämlich schon. Man freut sich nämlich schon. Alter. Man freut sich nämlich schon. Es ist schon ein geiles Gefühl. Und man ist auch aufgeregt. 7-3-6-6-6-0-6-7-6-3-119. Das sind genau die Stats von dem. Es hat mich unglaublich gefreut, wie ich dieses Deoxys gefunden habe. Weil es einfach ein geiles Gefühl ist, das Spiel auszutricksen. Oder nicht austricksen, sondern zu durchschauen. Weil man durchschaut das Spiel. Man findet den Seed heraus und weiß ganz genau, da ist ein Deoxys. Und ich probiere es jetzt so lange, bis ich genau dieses Deoxys treffe. Und wenn du es dann triffst, ist das so ein geiles Gefühl. Aber dieses Gefühl ging ziemlich schnell weg. Und vor allem merkte ich das, als ich mir dann dachte, hm, was ist, wenn ich jetzt es nicht fange? Verkack den Fang nicht, ich habe Meisterball. Und wenn, hey, selbst wenn ich ihn verkack, ich suche mir einfach nochmal eins. Und daran habe ich direkt gemerkt, wie wenig mir dieses Deoxys in Shiny dann tatsächlich bedeutet hat. Und ich weiß ganz genau, dass wenn ich das gleiche nochmal mache mit den anderen drei Formen, was ich machen werde, nur halt wirklich mit Geduld und purem Shiny-Hunting, nach Wochen, wenn ich die dann irgendwann hoffentlich finde, wird dieses Gefühl so viel galer sein und die werden für immer so viel mehr wert für mich sein. Aber Cheaten würde ich das Ganze auf keinen Fall nennen. Denn Cheaten ist um Welten einfacher. Wenn ich ein Deoxys will, dann starte ich einfach eine Cheating-Software, wähle hier ein Deoxys aus. Und dann kann ich hier einfach noch auf die Sternchen drücken, dann habe ich ein Shiny-Deoxys und dann kann ich das einfach auf mein Spiel ziehen. Kann auch einen Integritäts-Check machen, sodass es legit ist. Und schon habe ich ein Shiny-Deoxys in meinem Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Das ist Cheaten. Vor allem, wenn man dieses Shiny-Deoxys dann anderen schenkt oder zur Verfügung stellt unter dem Vorbehalt, dass man es mühevoll selber gehuntet hat. Oder wenn man rumgeht und, keine Ahnung, erzählt Leuten, ey, ich habe ein krasses Deoxys selbst gehuntet und sowas und es stimmt halt nicht. Das ist Cheaten. RNG-Manipulation ist definitiv anspruchsvoller. Und klar, ich habe euch heute gezeigt, wie es relativ einfach geht in einem spezifischen Spiel, aber es geht noch viel, viel schwerer. Und es gibt Hunts, die wirklich kompliziert sind. RNG-Manipulation ist eine Wissenschaft für sich. Und so würde ich das auch sehen. RNG-Manipulation ist einfach eine eigene Methode, Pokémon zu jagen. Nur dass es eben nicht als Cheaten angesehen wird, müssen wir offen damit umgehen. Wenn ihr Bock habt, euch ein Shiny zu holen durch RNG-Manipulation, dann macht das. Wenn es euch mehr Spaß macht, einfach die Technik zu durchgucken, zu timen, die C-DNC draus zu finden und dann die Advances und was nicht alles, dann soll das so sein. Das kann man da auch verstehen. Im Endeffekt, Shiny-Hunting ist nichts anderes als Geduld zu haben und zu warten und immer A zu drücken und irgendwann yay. Da ist nicht viel Skill dahinter, außer Geduld. RNG-Manipulation geht tatsächlich um einige schneller, aber man braucht eine gewisse Art von Skill, das überhaupt hinzukriegen, ein Verständnis, ein Timing-Gefühl. Also wenn euch das mehr Bock macht, was man total verstehen kann, finde ich, dann macht das. Aber seid halt einfach ehrlich und sagt, anstatt zu schreiben, hey, ich habe gerade ein Shiny-Dioxus gefunden, let's go, könnt ihr halt sagen, hey, ich habe gerade ein Shiny-Dioxus-RNG-Manipuliert. Seid stolz drauf und umso mehr Leute das machen und zugeben, dass sie das so machen, ist es doch vollkommen legit einfach. Es ist eine eigene Methode. Natürlich benutzt man Software, um zu timen und um den C-DNC draus zu finden, das könntet ihr aber ganz streng genommen alles auch auf einem Blatt Papier euch selber ausrechnen mit krassen Formeln. Aber der Knackpunkt ist eben, dass diese Software nicht auf euer Spiel zugreift und euch einfach ein Pokémon reincheatet, sondern ihr benutzt eine Software, um eine krasse mathematische Formel zu berechnen. Ich werde es vielleicht hier und da nochmal machen, wenn irgendwas Cooles auftaucht und ich Bock drauf habe, aber ich werde dann offen damit umgehen und einfach sagen, hey, ich habe mir das so geholt, ist das nicht lustig, ist das nicht cool? Aber ich werde dabei bleiben, meine Shinies einfach normal zu Shiny handen, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel mehr mir ein Shiny wert ist, wenn ich tatsächlich Wochen, Monate daran saß. Zeit ist wirklich ein riesiger Faktor, was etwas wertvoll macht. Deswegen haben wir das RNG-Dioxus dann am Ende auch Dioxus genannt, damit ich immer weiß, das ist das eine, was ich, naja, durch RNG-Manipulation bekommen habe. Dioxus? Der Happens wieder, ne? Was sagt ihr zu der Sache? Sagt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Sagt ihr wirklich, ja, das ist Cheaten. Ihr seid alles Verbrecher. Ab mit euch ins Gefängnis, ins Pokémon-Gefängnis. Oder habe ich euch vielleicht auch ein bisschen Lust drauf gemacht, das mal auszuprobieren? Wie gesagt, check I am a Blissey und Papa Cheffe aus in den Kommentaren. Die machen wirklich den Content dafür. Oder seid ihr genauso wie ich so dazwischen? So, ja, es ist eine coole Sache, aber es ist jetzt nicht so viel wert. Deswegen bleibe ich so dabei. Sagt mir einfach in den Kommentaren, was ihr denkt. Zum Ende noch ein fettes Shoutout an meine Patrons. Vielen, vielen Dank. Benjamin, JGamer, Robin, Superphil, Mika, Menik, Majora, Caruso, Menemon, I'm Shadow, Azrael, Itako, Danova, JJ, Maverick, Marco Brian, Ryu, Hamke, Defarskay, Eva, Delprani und Henriette. Ich danke euch und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.